Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu Erfüll Dir Deine! Ja meine lieben Freunde, wir sind jetzt gerade hier in Köln angekommen im Parkhaus und heute treffen wir hier ein paar Zuschauer. Nämlich heute ist die Aktion vom Adventskalender von TubeOne. Wir treffen gleich vier Zuschauer und die wissen noch nicht was wir machen. Wir werden nämlich gleich zu EA gehen, das ist so eine kleine Überraschung für die. Und ja, dann werdet ihr gleich sehen was uns da so erwarten wird. Hey ich kann nicht einparken. Du musst dann noch mal zur Fahrschule! Ja ich glaube auch, das ist ein GTA-Zau. Ich wollte dich kurz vorstellen? Ja. Ok. Ich bin in Afonio. Ich komme aus Zulau. Ich bin Kevin, ich komme aus Kärben. Ja ich bin Marvin, ich bin Kevin, komme aus Leverkusen. Ja wir haben eine Überraschung für euch und fahren jetzt zu. Ok. Ja. Soll er das sagen? Ja. Ja sollen wir doch. Ja wir fahren jetzt zu EA Jungs, Alter. Wir fahren jetzt zu EA, so eine schöne Runde FIFA zusammen. Macht ein kleines Turnier, 2 gegen 2. Ja. Dann gucken wir mal gleich, wie es werden wird. Ja und danach immer noch schön lecker was essen. Ja. Ja. Ein begeisterer Fuß. Ja. Ja, wir sind gerade bei EA angekommen, die haben uns eine richtig geile Location zur Verfügung gestellt. Wir haben hier eine geile Bar, wo wir uns bedienen können. Also ein großes Dank schön nochmal EA. Ja und jetzt doch mal schön ein bisschen FIFA machen, eventuell ein kleines Turnier oder ein 2 gegen 2. Wir schauen mal, alles klar. So Freunde. Wir tocken jetzt hier gerade eine Runde FIFA mit den Jungs. Gerade geht es schon hier ab auf beiden Bildschirmen, auf drei Bildschirmen. Auf zwei wird das gleiche Gameplay gezeigt. Stefan ist am Verlieren, der Billige. Das stimmt doch gar nicht, der Lama ist scheiße. Scheiße, nur für die Kamera rein. Ich hab' mal cool. Na gut, nicht in der Schale. Na gut. Ohhhh. GOOOOOOOL. Das ist sooool. Hahaha. GOOOOOOOL. Das ist sooool. No more last goal. Jawoll. Ja. Das ist sooool. Ja, das ist sooool. Das ist doch 1 für 0! Mit der Handball! Was? Was? Danke! Ja Freunde, wir machen jetzt hier ganz cool ein chilliges Tech Opening. Haben jetzt für ungefähr noch 15-20 Minuten Zeit. Und schauen wir auf, wie ihr was geiles dient! Und tatsächlich! Die Highlights! So hart, Alter! Sauber! Was? Was? Party People! Was? Ja! 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 Oh mein Gott! Brauch, Mann! Das läuft ja richtig gut, ja! Das sind krass für 2.000 FIFA Points, gar nicht! Das ist krass! Ja, Freunde! Das war's dann jetzt hier vom Pac Opening! Ja, Freunde! Das war's dann jetzt hier vom Pac Opening! Wir hatten gute Spieler dabei und jetzt geht's erstmal noch schön ab zu KFC, was leckeres Essen. Tschüss. Was war das denn, Alter? Tschüss. So, Freunde, jetzt sitzt ihr gerade schön bei KFC, Alter. Guck euch mal an, was wir uns hier gönnen, Alter. Das wird jetzt alles in den Magen gestoppt. Bommes, Hot Wings, Filet Bites, Krispies und und und. Würde ich sagen, guten Appetit, auf geht's. Ja, Freunde, das war's jetzt von dem Tag. War richtig geil. Wir waren erst bei EA, dann haben wir noch lecker was essen. Hat richtig viel Spaß gemacht, weil es direkt, dass ihr gekommen seid. Hat uns gefreut, Jungs. Wer hat's euch gefallen? Super, super, super. Das war's dann soweit. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach. Ne, das war's ja noch gar nicht. Ja, Freunde, wir fahren jetzt nach Hause, stehen gerade an der roten Ampel und wenn's wieder grün wird, dann fängt der NE an zu reden. Ja, Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. War auf jeden Fall ein richtig geiler Tag gewesen. Hat Spaß gemacht. Und denkt bitte dann, dass die anderen YouTuber, die auch einmal in den Kalender teilnehmen, unten in der Beschreibung verlinkt sind. Dort ist so eine Liste. Dort findet ihr alle weiteren Tage. Und ja, würde ich sagen, war's dir von dem Tag. War auf jeden Fall richtig geil. Hat Spaß gemacht und war lecker, ne, bei KFC. Alles klar, wir sind raus. Haut rein und ciao. Was geht ab, Freunde? Euer Stefanie und herzlich willkommen zu einer weiteren Food Draft Challenge. Ja, Freunde, heute hab ich wieder richtig Bock auf ein weiteres Food Draft.